Vier Minuten für einen Becher Kaffee? Gestern waren es doch noch drei. Die Armen sind dazu bestimmt zu sterben, darauf basiert das System. Was soll denn das heißen? Du hast keine Ahnung, oder? Die Wahrheit ist, es gibt mehr als genug Zeit für jeden. Manche haben Millionen Jahre, aber die meisten leben von einem Tag auf den anderen. Für die Unsterblichkeit einiger müssen viele sterben. Für die Unsterblichkeit sollte nicht ein einziger sterben. Du bist nicht von hier, oder? Wie kommst du darauf? Du bist irgendwie anders. Komm mit. Die Kamera hat was Verdächtiges aufgezeichnet. Er heißt Will Sellers. Er sollte nicht dort sein. Was machen wir? Stehlen? Ist es stehlen, wenn es schon gestohlen ist? Diese Zeit ist in falschen Händen. Kommt her, bedient euch! Nehmt euch, die Zeit ist umsonst! Woher hast du das? Tausend Jahre in den falschen Händen könnten das System zusammenbrechen lassen. Ich werde ihn aufhalten. Jeder will ewig leben. Dafür sind wir nicht bestimmt. Wir werden dich kriegen. Das hoffe ich doch. Sein Verbrechen war nicht Zeit zu stehlen. Sondern sie zu verschenken. In Time. Deine Zeit läuft ab. Sehr bald nur im Kino.